Hallo zusammen, ich bin Böser Gummibaum und willkommen zurück zu Let's Play Civilization 6 Gathering Storm als Mali. Wir wollen einen Religionssieg machen eigentlich. Ah, der hat große Fortschritte gemacht. Good job, Byers. Wie zum Geist, dass eine Ressource abbauen. Whatever. Du baust gerade den Händler in 15 Runden, dafür baust du natürlich ewig. Sehr schön. Ja, das passt so weit. Das gefällt mir. Wie du das momentan machst. Dann müssen wir da noch eine Mine draufbauen. Wobei, da könnten wir eigentlich eher eine Mine draufbauen. Aber das bearbeitest du wahrscheinlich gerade. Wir kriegen tatsächlich den großen Propheten für 60. Ich habe ehrlich gesagt, keine Ahnung, wieso. Wieso die all... I don't get it. Anyways. Cool, wir haben einen großen Propheten. Aber normalerweise funktioniert das nicht so, wie es gerade funktioniert hat. Herr Siedler, oder zumindest früher nicht. Wer weiß, vielleicht hat sich das alles geändert. I don't know. Wir werden jetzt kurz einen Schrein machen. Wobei wir eigentlich die nächste Stadt hin, ist ebenfalls eine ausgezeichnete Frage. Da war noch irgendwo... Da oben ist Wüste. Könnte schauen, ob ich sie da hinbaue. Könnte man auch den Weg versperren, falls da oben wirklich noch mehr Zeuge ist. Auf der anderen Seite gibt es hier noch Glauben zu holen. Und deswegen relativ... Auch relativ geile heiligen Städten. Buni. Könnten hier den Stein wegbauen. Hier die heilige Städte. Hier das Sugabu. Hier die Stadt. Das ist Süßwasser. Wir müssen die Stadt natürlich nicht hier bauen, aber wir haben noch die Turtles. Sogar relativ weit weg. In meinem normalen Standard. Und auch hier Sugabu und hier heilige Städte. Wobei ich will nicht so viele von den Feldern verbrauchen, weil sie mir eben auch Glauben geben. Wir könnten mal ein bisschen Land starten. Nadel, Nadel. Sagen wir mal, wir bauen hier eine. Buh. Whatever. Da ist eine Stadt. Dann tue ich mich schon ein bisschen auseinander dividieren. Hier noch eine Stadt. Eins, zwei, drei. Dann könnten wir fast hier noch die andere heilige Städte bauen. Eins, zwei, drei, vier. Ist auch kein so schlechter Abstand. Hier noch eine Stadt gefällt mir eigentlich recht gut. Dann braucht man hier hinweilen. Wahrscheinlich am ehesten hier, damit wir noch Süßwasser haben. Eins, zwei. Ich meine, das ist relativ weit weg. Und was machen wir da mit dem Zeug da drüben? Ich meine, hier könnten wir in den Schnee. Ich meine, Süßwasser ist wenigstens da. Das sind auch noch Schafe. Das finde ich keine schlechte Stadt. Jetzt sieht das aus. Eins, zwei, drei. Dann vielleicht, I guess, hier. Auch für den... Oder hier. Das geht nicht. Eins, zwei, zwei, zwei. Ähm. Sag mal, hier möglicherweise. Da weiß ich noch nicht genau. Ähm. Da wollen wir schon irgendwo eine haben. Möglichst oben allerdings. Weil die ganze Tundra und den Schnee brauche ich jetzt nicht unbedingt zum Leben. Eins, zwei, drei, vier. Also könnten wir... Ich meine, wir könnten sie hier bauen, damit wir das Kupfer hier noch haben. Warte mal löschen. Können sie auch hier bauen. Nein. Ich glaube aber, so toll... Ne, so toll ist das Feld da unten auch wieder nicht. Ich würde am ersten sagen, hier... Eins, zwei, drei. Könnten wir immer noch da oben eine bauen. Ich frage jetzt, was ist die nächste? Aber die nächste ist die, würde ich sagen. Das heißt, wir brauchen noch einen Haufen, Siedler. Also ich brauche einen Haufen Geld. Was irgendwie abzusehen war. Mit dem Malen Staat. Ich meine, du bringst natürlich viel Geld hier mit dem. Wir werden das ja auch noch verbessern, wenn ich es sehr gerne hätte, dass du das hier ähm... bebaust. Es hat zwar keine Nahrung und nicht viel Brot, aber holy shit, ist es viel Gold und viel Glauben. Ein bisschen geht es da um, definitiv weiter. Äh, wir haben 20 Gold pro Runde für eine Zeit lang jetzt. Wir haben bald ein bisschen mehr noch, weil wir dann den Handelsweg hier haben, der nochmal Geld bringt. Wobei, du brauchst so ewig, bis du den baust. Holy shit. Okay, Religion gründen. It's difficult. Äh, das ist das Baumähnlichste. Das ist natürlich wieder der gute alte... Wie war das? Bögo-Bai-Smus? Ja. Bögo-Bai-Smus. Bögo-Baum. Ja. Bögo-Bai-Smus wird's bestätigen. Wir haben keine Reliquien. Das ist nicht schlecht. Hä? Scheinertapel bringen hier plus 1 Wohnraum. Plus 1 Brot, das bringt halt wirklich nix eigentlich. Ich glaube, fast Zen-Meditation bringt die am meisten. Oder Chorele. Bögo-Bai-Smus ist ein bisschen Kultur, muss es sein. Eine Annehmlichkeit pro Stadt ist nicht zu verachten. Wie viel wären das? Drei Kultur pro Stadt? Auch nicht zu verachten. Ich glaube, wir nehmen die Chorele, weil wir vorher nicht... Nicht die Gottesfreien Himmels oder so. Das mit, wo die Weisen plus 1 Kultur bringen. Das heißt, wir sind ein bisschen hinterher. Dann möchte ich den Bau von Moscheen. Missionar und Apostler haben plus 1 Verbreitung. Ist extrem gut. Gibt es einen Grund hier nicht, Moscheen zu machen? Ich meine, für uns wäre natürlich... Kirchengüter und alles andere mit Gold auch ziemlich geil. Ziemlich geil. Ein Gold dafür. Was will ich denn zuerst? Ich meine, wir können es nachher verbessern. Aber was ist wichtiger? Aber es ist beides wichtig. Aber ich meine, keine Moschee bringt mich nicht um. Ich glaube, der zehntes Wichtige für Mali. Ist natürlich auch oft die plus 2 Gold fast besser, aber... Also Kirchensteuer oder was auch immer das war. Ich glaube, ich glaube, das passt so. Wir haben eine Religion gegründet. Good job, was? Theologie hat große Fortschritte gemacht. Das freut mich natürlich auch sehr. Ich zolle mir den Glauben vielleicht derweil auch. Ich meine, ich würde natürlich gerne alle meine eigenen Städte, sobald ich einen Schrein habe, bekehren. Was will ich möglicherweise tun? Auf der anderen Seite, ich kann ja anfangen, Sachen mit Glauben zu kaufen, wenn ich das Sugabu gebaut habe, oder? War das. Das heißt, ich sollte vielleicht noch ein bisschen Glauben sparen, weil wir eben... Das größte Problem momentan ist, dass wir... ...nix produzieren können. Und nicht genug Gold machen, um das zu kompensieren momentan. Ein Gebäude und Bezirke kostet 20% Gold und Glauben in dieser Stadt. Naja, wobei das heißt nicht, dass ich jetzt unbedingt alles mit Glauben kaufen kann. War da irgendwas bei den Mali sonst noch? Ich weiß, ich schaue zum fünften Mal nach. I know! Ich merke mir Sachen nicht. Gebäude im Handelszentrum können mir Glauben gekauft werden. Ich meine, das ist schon mal was. It's not nothing, aber es ist auch nicht so viel. Ich habe nochmal drei Seiten geguckt. Ich glaube, es geht hier weiter. Wir wollen definitiv hier auch eine Stadt gründen. Das heißt, den nächsten... Ich könnte auch noch den, aber ich werde es nicht umdrehen. Wir brauchen auch mehr Städte. Wie kriege ich diese ganzen Siedler raus, die ich brauche? I need so much money. Das ist eine... Das ist echt keine schlechte Stadt gerade. Wir machen trotzdem da, weil du... Ich bin mir ziemlich sicher, du bearbeitest das ja. Wir kriegen noch einen Glauben davon. Das heißt, wir werden die Mine darauf bauen, wobei Minen ja gar nicht viel bringen. Außer Geld. Und Geld. Ich brauche Geld. Good point. Bringen doch viel. Wir haben ja nicht nur einfach keine Produktion, sondern sie kriegen statt der Produktion Gold. 25 pro Runde momentan. Wie viel kostet der nächste Siedler? 560. Ich kann nicht mal reden. Ist fertig. Ich meine Petra, schuld. Aber, äh. Aber, schuld. Aber, äh. Können Sie mal erforschen. Ich meine, die Dinger wären awesome, Petra. Weil es sind nur zwei Felder. Der Rest ist immer noch ziemlich aus Schaß. Und wenn der Klingt ab... Hängen die Gärten, Orakel, große Bibliothek, alles weg. Bereits. Ey, es geht doch nicht weiter. Interesting. Ich kann da zwar noch eine Stadt drauf bauen, aber weiter geht's drum nicht. Ich kann sie am ehesten hier bauen, muss ich sagen. Also, ja. Das bräuchte ich nämlich auch irgendwo Tiremen. Aber das muss man schon wieder kaufen, weil bauen, Tiremen bauen. Wie stellt die sich jetzt momentan aus? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich meine, die untere, untere Grenze. Und kostet mich in etwa 10.000 Gold oder so, die alle zu bauen. Indem ich sie kaufe. Was soll man tun? Welche Runde haben wir? Wir haben bereits Runde 69. Ich hab drei gestellt. Let's see. Let's see. Du baust mal eine Mine. Ausbildung hat große Fortschritte gemacht. Das freut mich doch sehr. Nochmal vier Gold mehr. Wonderful. 29,9 Gold pro Runde. Hast du schon Leute von mir da drin? Nicht Regierung. Sorry. Fällt auch mit Reh an. Kommentiert in 59 Runden. Nicht zu sehen. Kann ich da draufklicken? Natürlich, wenn ich nur einen Haufen Handelsweger von der Stadt irgendwo hinschicke, kriege ich damit schon ziemlich viel Gold. Acht Runden bis der Erste da ist. Ich glaub, wenn wir mal richtig ins Rollen kommen, dann rollen wir dann schon ordentlich. Wenn das Gold mal fließt. Aber, äh, es muss halt mal anfangen zu fließen, ja. Ähm, please don't exist. Lieber Boogie. Wieso dein Boogie? Wieso dein Motherfucker? Boogie? Ich darf ihn mal weg. Frag mich bitte. Wieso da hingehen und dann kann ich dich angreifen? Wobei, das kann ich ja da wahrscheinlich nicht. Bevor du mich angreifst. So, wenn du zuerst angreifst, dann haben wir ein Problem. Ich darf nicht, gell? Goddamit. Wieso, wenn ich da hingehe, kommst du dann noch da hin? Wo ist jetzt schon wieder ein dummes Lager entstanden? Leute, das geht so nicht. Das geht so nicht. Wie soll ich mich hier verteidigen? Jetzt muss ich mir einen blöden Boogie kaufen. Ich brauche Geld für einen blöden Boogie. Ich brauche Geld für Siedler. Ich brauche Geld für eine Handwerker zu kaufen. Ich brauche Geld für eine Handwerker zu kaufen. Ich brauche Geld für eine Handwerker zu kaufen. Es ist so ineffizient. Ich glaube, wir bauen trotzdem einen Handwerker. Ich kann, ich muss die Siedler kaufen. Ich kann nichts anderes als Siedler kaufen momentan. Ich brauche sie im Grunde. Ich meinte, die kleineren Küsten werden eure Rücksicht bemerkt und wissen sie zu schätzen. No props. Absolut Rücksicht und nicht keine Ahnung, wovon du redest. Nöp. Ich hasse. Geh raus aus diesem blöden Wald, du Sack. Wo ist er jetzt? Jetzt traut er sie mir. Jetzt steht er wahrscheinlich da und beschießt mich so, wie ich's Leben kenne. Es ist ein bewalderte Hügel, das ist ein bisschen unsympathisch. Das wird alles sehr schmerzhaft werden jetzt. Ich frage mich, ob mein Boogie hier stirbt. Du hast einen Schrein gebaut. Good job bei you. Siedler dauert noch ein bisschen. Wie lange brauchst du für einen Boogie? Du brauchst neun fucking Runden für einen Boogie. You insane motherfucker. Kornensprecher brauchen wir auch irgendwann. Innen bräuchten wir eigentlich auch einen Campus. Ich könnte mal einen bauen. Oh, mal kurz einen Campus da drin. Das ist ja nichts, das ist bloß drei. Wobei, soll ich nicht als erstes das Suguba bauen? Ich sollte wahrscheinlich als erstes das Suguba bauen. Wobei, wir brauchen Glauben. Äh, Wissenschaft. Guck mal, als erstes das Suguba hier. Vier Runden, alright. Ja, genau. Ja, das wird extrem unangenehm. Ist ja schon der Fuck, es wird wirklich unangenehm. Jetzt werden sie alle spawnen hier. Du bist eins, meine zwei Silber. Ich hätte schon besuchen sollen, die das vorher zu verkaufen. Ich habe übersehen, dass wir zwei haben. Einen Idiot. Wäre es mit, äh, 180. Wenn ich es eintippen kann. Hallo? 180. Oh mein Gott. Haben wir die Kodierung überlastet? Hallo? Hat das Video jetzt gerade geruckelt? War das Video das gleiche Problem wie vorher? Äh, ich will nur weglaufen eigentlich, weil da gleich 5000 Proband spawnen. Lass mal nochmal kurz schauen. Wollen wir, wir schicken dir mal eine Delegation. Und wir freuen uns an. Ja. Gibt es mir jetzt mehr Geld? Wie wäre es mit 200? Ha, Caps Lock ist an. Ja, na, egal. Das ist wenigstens kein technisches Problem. Ähm, wir sind Freunde, du Arsch. Was ist das eigentliche F***? Wollen wir nur 100 Gold geben für den ganzen Müll? Aber ich kenne niemanden, aber ich brauche das Gold. Ja, gut. Gut, mein F***. Wir kriegen gleich den nächsten Siedler. Ich habe echt ein Problem. Wie machen wir das? Heil dich mal. Wie viel kostet ein Bogen? 200 fucking 40, 560. Wobei, wir können da momentan eh gerade nicht rumrennen wegen den Pips. Ich habe es mich alle gefunden, mittlerweile. Egal. Das Suguba brächt ja nix, aber wir bauen ja dann da noch, ähm, die Heilige Stätte. Warte auch mal den Suguba. Ist das Suguba das, was mir das Gold bringt? Internationale. Leute, da war ja was. Das heißt, wir müssen eine Stadt von ihr irgendwie kennenlernen, damit das tatsächlich was bringt. Momentan ist es noch gar kein Geld. Egal, wir brauchen eh auch Straßen. Ist fein. Also, it's not really fine, aber kann es mal behaupten. Wie sich jetzt zu stellen, könnte das super. Ich habe nur Angst, war nicht der eine schon dort, oder ist der woanders hingegangen? Eure Delegation ist uns willkommen, selbstverständlich. Wir haben das Suguba hier. Das ist nett. Wir könnten den Markt mit Glauben kaufen, was wir gleich machen werden. Natürlich wären Händler nett, was aber auch sehr, sehr wichtig ist, ist hier ein weiterer Bogie. Und ich würde gerne einen Siedler kaufen. Okay, 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 okay. Du kisst ihn. Bitte nicht einen weiteren Barb spawnen, bevor ich jetzt dieses, dieses Lager weggehaut habe. Wir machen klassische Republik, wo wir sowieso keinen Krieg führen. Also, ich brauche nur die urbanen Stärke momentan auch noch. Und man ist gleich die Minus 30 Produktion halt wieder aus. Wir kennen noch keine in der Stadt starten. Du hast wieder vollständig geheilt, wirst du mit dem Bogie schon wieder. Aber wenn ich dich weghauhe, dann kann ich wahrscheinlich hier durch. Wobei, bist du dann aggressiv? Bist du von dem Lager? Wieso ist er schon aggressiv? Er hat gerade mir eine Hand das weggeplündert, der Sack. Ich greifst jetzt meine Stadt an. Ich trau mich jetzt mit ihm gar nicht aus, weil ich nicht weiß, von welchem Lager er stammt. Wir können dann einfach mit dem Bogie zurückrennen. Oder wir bauen ja auch eigentlich gerade einen Bogie. Da kann ich dann auch den Markt reinkaufen. Ich würde auch gerne einen Handwerker haben, möglichst, äh, einen weiteren Händler haben natürlich, möglichst schnell. Ne, okay, er greift die Stadt an. Fine. Bringt er sich wenigstens selber um. Ich meine, dass der Händler weg ist, ist super kacke. Hat ewig gedauert, den zu bauen. Kannst du da hin? Nein, das ist aber Kontroll, das hat es eigentlich nicht hin können. Kann der Bogie auf mich schießen? Nein, oder? Nein. Sollte er nicht können. Das heißt, vielleicht ist er dumm genug gemacht, einen Schritt nach vorne. Ich brauche nicht wirklich große Profitpunkte mehr und ich brauche auch keine großen Wissenschaftlerpunkte. Was wir brauchen sind Apostel, oder? Damit wir reformieren können. Dafür brauche ich einen Tempel. Dafür brauche ich Theologie, I guess. Ja. Gehen wir in die generelle Richtung? Nein, wir machen gerade Militärtradition. Ähm, mach Militärtradition fertig und dann geh auf Tempel, bitte. Hey, Cheat. Ähm, wir gehen einen Schritt zurück. Du gehst da hin, du kommst da hin. 36. Ich meine, es kommt jetzt in schnelleren Abständen, dass wir den nächsten Siedler raushauen können. Das ist relativ wichtig. Ist alright. Aber jetzt haben wir wieder 20 Minuten gespielt. Ich hoffe, wenn man das Spaß gemacht hat, zuzusehen. Wenn das der Fall war, lass dann einen Like darüber nachdenken, den Channel. Aber vor allem, schaut beim nächsten Mal wieder vorbei. Vielen Dank fürs Zuschauen. Baba.